ist er noch ein wallride? alter ich weiß von wo man fahren muss ja hallo leute willkommen zurück zu einer weiteren folge gta 5 heute mit dem bomsuff boma jawohl coole name auf jeden fall finde ich lustig denn jd ist natürlich auch dabei ja und ich habe noch mehr besucher aber die sind leise under camera so dann gucken wir mal ob noch irgendjemand mitkommen möchte nein drücken wir mal wieder nein komm das sieht ja nicht aus ja ich muss das so machen oh man ey ruf mal zu mir was steht hier noch oder also ist dass es ein bisschen höher ist ja ich muss das so machen ja ja direkt habe ich auch gesagt ich habe meine hute schon dabei ich habe so einen angehut an ja ja so vier leute reichen ich starte ja hier leute also nie ich leute in der in der ich leute ich leute in der in der 2 4 4 4 stick Ich hab ein Problem, ich höre wie der Pento diese Hölsch Pento Weil der auf dem Fernseher ist, wo du den nach vorne gemacht hast Hahaha Bitte Das ist auch praktisch Ja klar ist das praktisch, Alter So los gehts Und tschüss Ich hab da mal einen hinter mir mitgenommen Ey jetzt hab ich so ne blöde Farbe Boah Boah Ihr fahrt ja auch alle nett Rainer fährt auf Crashkull Scheiße Ja passt schön, passt schön Boah Wie war das? Boah Der Verkehr dabei ist doch ganz lustig Der ist gar nicht so schlimm Schlimmer sind die, die am hinten rein fahren Ja Dann verrutscht man voll schnell Jawoll Dann verrutscht man voll schnell Oh kurve Wie viel cooler hast du Boah Boah 1-3 hab ich glaub ich wieder 1-2 Ich bin voll hin Ja ich bin auch nur dritter Am Ballwhite hol mal einen Glaub mir Ich denke nicht, dass die das direkt als erstes schaffen Ich hoffe noch was, gut Oh ich bin vierter, ich bin hinter dir Cool Nicht cool Oh, boah ich dachte gerade, jetzt kommt ein Pfeiler Ich komm noch nicht lang Boah, die kommen entgegen Alter Da ist Wendepunkt Boah, krass Die haben mir aber so schnell entgegen geschossen Die Jungs Alter, ich bin falsch gefahren Scheiße Boah, du kannst weiter fahren Juhu Dann links Geil Jetzt links Ach du Scheiße Oh Hä? Das ist bestimmt das oben des Futes Oh ja, ich seh ihn Oder kommen die mich schon wieder entgegen Ja, du musst hier irgendwie hoch Und springen, keine Ahnung Hä? Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt Unten durch Nee, hier ist der Anfang irgendwo Ah, ich glaube, warte Von unten Ah, ich glaub hier geht's lang Irgendwo unten startet der Ich muss jetzt mal gucken Alter Der hat ja einen Arsch der Welt hier Nee, der kommt dann danach Ich hab ihn gesehen Also du musst auf jeden Fall runter Und dann unten von der Straße aus Du musst anfangen Ja, aber Kommt man da hoch? Was das denn? Ey, bleibt der eine da stecken, ey 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 Pass mal auf meinen Luck, Junge Puck Dann kommst du nicht hoch Ey, laber nicht Das denn für eine Map, Alter Geh mal weg da Ey, da kommst du echt nicht hoch, Alter Wuhu Ah, warte Ach du Scheiße Ja, was schrecklich ist Ach, voll zu Ja, ich sollte sich einer da vorstellen Wo man über den man rüberspringen könnte Nein Nein Ah, ich glaube ich hab verstanden Wie man da hoch muss Nein Man muss gar nicht da durch Weil dann steht man ja gerade Komm mal nach oben Die Leitplanke ist schon Die hätte weg sein müssen eigentlich Hm Bist du jetzt auch hier unten? Nein Ich bin oben oben gefahren Jetzt mal Vor allem von da hinten Na hinten noch oben Warte, ich helfe ihm jetzt einfach mal Ja, hier Nein Hast du? Nein Also du kriegst den Punkt auch nicht so bestimmt, oder? Nein Was ist das? Das muss ja auch irgendwie gehen Ist der weggefahren? Ich glaube man muss Nähe genug In die Kurve rein Naja Und gegen die Wand fahren Dass du einen Wallride da hinkrieß Ja, ich versuche jetzt mal Ich nehme mal ein bisschen Anlauf Ich nehme auch mal Anlauf Vom Start so ungefähr Ne, der setzt sich komplett fest Ich glaube, das ist zu bereit Scheiße, jetzt haben wir nicht mal eins Wo wir aussteigen können Warte, ich muss mal einen töten Warte mal Warte, der hat eine Idee Warte, wo geht denn der lange Wallride los hier diese Runde? Vielleicht kommt man da ja hoch Ja, der Punkt der in der Luft ist, das ist das Oh scheiße Ja, aber guck mal wo der Wallride los geht Der geht unten im Tunnel los Ja, ja, unten im Tunnel geht der los Und von da aus musst du halt hoch fahren Ja, ich versuche mal ein flaches Auto Das ist nicht flach genug Kaputze mal also zu töten Hier der Ist der tot? Ne, der fährt noch weiter Scheiße, den will ich da rein stellen, ja? Ja, ist doch kacke Kacke, kacke, kacke Ich komme noch nicht durch Ja, das klappt so auf jeden Fall nicht Ich hänge auch fest, mein Du musst doch da irgendwie durch Warte mal, warte mal, warte mal Ich stelle mich jetzt mal so rum davor, dass du mich drüber springst Okay Warte So, besser geht nicht Versuch es doch mal, ja? Ja, ich mache auch mal mehr Anlauf Ja Wenn das jetzt nicht klappt, dann versuch mal den Weg oben an der Brücke Ja Boah, mies Ja, da war der andere Vorsicht, der andere steht da im Weg Oh ne Ich versuche oben rum Ja Ja, ich komme mit Lass doch mal Ne Nuss Das ist ja echt krass, ey Man muss wissen, wo es lang geht hier, glaube ich Das ist echt mies, ey Kannst du über mich rüber springen? Stell dich doch mal direkt einfach da rum Warte mal, ich fahre jetzt mal durchs Parkhaus Ich gucke mal, ob hier oben was geht Ich glaube nicht Was ist das für eine Pizza? Hähnchen Hähnchen Okay, ja, ich würde vielleicht ein Stück nehmen Ey, die musst du doch von unten kriegen, diese Scheißramm Ja, das ist für einen Arsch, ey, das ist echt für einen Arsch Hier komme ich auf jeden Fall auch nicht raus Fahre ich überhaupt hier raus? Also ich würde echt behaupten, du musst die von unten fahren Ja, dann ist es das falsche Auto, was wir haben, dann brauchen wir ein schmaleres Auto Was war im Vorauswahl? Sportwagen, also Supersportwagen Ich habe da nichts geändert Ja, muss das damit gehen eigentlich Aber es kann ja sein, dass du bestimmt den nehmen musst Ja, wir haben ja beide dabei Ich habe den T20 und irgendjemand von euch hat ein Zentorno Also ich habe auch T20 Er hat da doch ein Zentorno Er hat da doch ein Zentorno Okay, also wir wissen, also ich weiß jetzt auf jeden Fall wie es klappt Wie? Warte Ich muss ein bisschen weiter nach vorne Bist du durch den ersten X durch oder was? Boah, Alter, jetzt rammt der den da weg Pass auf, der eine steht unten am Punkt Und ich nehme jetzt Anlauf und versuche über ihn drüber zu springen Oh, so klappt es nicht Boah Ist jemand schon durch den ersten Checkpoint durch? Ne, durch den, durch den, durch den der jetzt in der Luft ist noch nicht Am besten kommst du mal hier zu mir Und dann spring, also nimmst du Anlauf und springst mich an Ah Hä? Warte mal, oder? Warte mal hier, wo ich stehe, wo ich stehe Alter! Wir müssen dagegen fahren Und wir beide ein Auto mal spawnen lassen Vielleicht kommen die deswegen einfach nicht über Wow Der eine müssten jetzt haben Hat der es geschafft, meinst du? Der müssten haben Wie? Ja Ja Boah, Scheiße, der zweite kriegst du im Kriegen irgendwie nicht Hast du ihn geschafft? Nein Warte Ich muss mal anfangen sie vielleicht Ah, der, denn, du stellst jetzt, äh, der andere stellst jetzt dahin, perfekt Bin ich mal gespannt, ob er es überhaupt schafft, Alter Nein, nein, ja Nein Ja Mann, ich mach mal eben mein Wagen neu Ja Mann, ich mach mal eben mein Wagen neu Boah Alter, hier ist ja ein Hier ist ja noch ein Wallride Alter Ich weiß von wo man fahren muss Aber nicht so lange Doch, doch Durch den Tudel durch Alter, ist das kacke Leute, spaukt alle mal neu Alle mal neu spawnen Okay Ja, auf jeden Fall Hier fängt der Wallride an Ich finde das mit dem Auto wesentlich einfach heiß Boah Ja, aber ich glaube Ich bin mal da Wo bist du? Ah, hier Ja, da fängt der an Und du musst durch die Brücke unten durch und dann hoch Okay Scheiße, jetzt hat er einen Punkt so schon, ey Ohhhh Ja, das Rennen schon beendet Ja, okay Da wir aber genug Leute sind, äh Kriegst du ja auch Kohle Nee Die Zeit unten läuft nicht ab Doch nicht Zweiter muss zum Ziel sein Genau Oh, Alter Boah, Alter Alter Durch die ganze Durch den ganzen Tunnel, Alter Das ist ein bisschen krass Alter Alter Durch den ganzen Tunnel, Mann Ohne Sche... Scheiß Ey, ganz am Ende von den Scheiß Container gefahren Ey, das ist mega krass Boah, durch den ganzen Scheiß Tunnel durch Kann noch sein Wach ich denn Boah, ich hatte eben schon so voll das Loch, Alter Ich hab' da nicht Voll am Ende Boah, boah Vom hoch Ey, der hält an Ey, der hält an Ey, der hält an Ey, der hält an Der kippt einfach um, Alter Ja, der hält an Ja, der Typ sucht immer noch Schreib dem mal einer, dass er respawnen soll Ja, oh Okay, ich schreib Ui Spawn Ah ja, ich muss auch wieder spawnen Ja, oh ja, oh Hammer, hart Das ist ein krasser Balleride Für den Balleride nicht fängt Ja, ich war jetzt Zweimal bis durch den Tunnel durch Und du bist durch den ganzen Tunnel den Balleride gefahren? Ja Was? Jetzt wieder Ich mach das immer wieder Nein Oh, da geht es ja noch ein Stück weiter Und dann da hoch Boah, krass An der Wand entlang und dann da hoch Boah, der Balleride ist echt übel, Mann Boah, ist richtig krass, Mann Wo muss ich hin, ey? Du musst also quasi wirklich den Balleride perfekt durch den Tunnel ziehen, dann Du saß aber nicht Und du musst vielleicht auch lange auf dem Boden bleiben Oder so oft Sonst fährt er langsamer Ja, du musst auf jeden Fall gucken, dass der Wagen Boah Ernsthaft Blup, blup Blup, blup Schade Ja, aber gleich Oder obwohl wir haben noch so viel Süßkram, Alter, ich will die Pizza ganz Echt? Ich fress nicht mal süß Ich hab ja gerade eben noch was gegessen Wer von euch hat diesen blöden Balleride schon geschafft? Also bisher Also das erste Mal, wenn ich schon jetzt selber fahre Ich fahr die Rennen ja auch selber alle das erste Mal Also ich bin im Tunnel zumindest Ich hab nur Saftbeeren reingezogen Bist du jetzt durch den Tunnel? Ah, da bist du. Guck mal mich an der Seite Ja, äh, Angeber Nee, so, äh, ja Nee, so, ja, ne Oh, guck mal, ah, ah, ah Ich schaffe mir das selber nicht bis zum Ende Und deswegen Alles klar Das ist so eine krasse Leistung. Wir haben gerade studiert. Ja, dann siehst du mal auf jeden Fall, wie du den ungefähr fahren musst. Uiuiui. Ja, bis zum Tunnel war ich eben. Du hast doch Tipps, Tipps. Ruf mal bei mir in die Tasche, oder? Fährst du irgendwo oder fährst du normal? Ja, stimmt. Ganz am Anfang, ganz am Ende. Ja, sicherlich. Hast du irgendwie was rausgeschnitten? Ja, jetzt auf jeden Fall. Danke. Ja, das geht. Extra gesagt am Anfang. So. Jetzt aber. Jawoll. Ich bin durch. Ernsthaft? Ernsthaft, ich habe geschafft. So, ich warte hier noch. Willst du noch ein bisschen probieren? Ja, fahr zu Ende, wenn du durch bist. Ja, weil hier ist direkt das Ziel. Ja, mach. Dann hast du jetzt noch 20 Sekunden. Das schaffe ich. Vielleicht schaffst du ihn ja doch. Unter Zeitdruck bin ich besser. Ja. Oh, oder auch nicht. Aber wieder perfekt gelandet. Ja. Ah, das ist aber auch echt ein schwerer Rohrrecht. Ja, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er so schnell ist. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn so schnell schaffst. Ich auch nicht. Am Ende war halt immer voll schwer, weil da überall die Container an den ganzen Ecken hier sind. Ja. Und da bin ich immer vorgefahren, ja, spätestens. Ich habe es bis zum Tunneleingang geschafft, das einmal. Ja. Ja. Da bei Ende. Richtig mies. Ja. Alles klar, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall in Runde 2. Bis gleich. Bis. Bis. Ja. Ja. Wolltest du noch ein Foto machen? Wolltest du noch ein Foto machen? Wolltest du noch ein Foto machen? Ja. Kannst du es übrigens auch offen machen. So, und wir kommen zur Runde 2. Wieder natürlich dabei mit Stefan. Und? Und den Jadu? Ganz genau. Also Jadu fährt die zweite Strecke? Ganz genau. Hä? Ganz genau. Woher genau? Bin ich gespannt? Fallen, Fallen! Der ist zu Pokémonisch. Anton. Anton. Oh mein Kopfschmerzen. Lieblingscharakter. Oh siehst du, noch ein blöder. Ja. Wenn ihr jetzt den Namen liest, geht der eh wieder raus. Einfach starten. Sobald ihr dringend starten, geh schon mal drauf, ne? Drei. Drei. Zwei. Drei. Drei. Eins. Go. Unsere letzten Worte werden sein... Drei. 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 Jetzt wird's hart. Drei. 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 Leute, und der sieht cool aus der Maske, Alter. Aber so horrormütig ist, müssen wir uns auch machen, ey. Ja, also dir machen. Haben die heute einen Heldenkletzter ausgedacht? Ja, na, kann sie mal auch um ihn. Eindeutiges Wein. Alle haben das gleiche Gauke. Boah, guck mal, direkt nach oben. Nee, fette Scheiße. Sieht lustig aus. Direkt die Kacke am Dampf nie, ey. Oh, zwei Runden schön. Scheiße. Ja, dann wird wieder richtig spaßig. Ich hab eingeparkt. Alter. In die Tanke rein? Ja, Mann. Wie geil. So was passiert mir auch einfach. Voll uncool. Ja, wohl mal. So was passiert mir auch voll oft. Ja, das ist immer cool. Passiert halt, ja. Ja. Oh, was? Wieso bin ich geflogen? Meistens hat man bei den Rennen sowieso Chancen, beim Rolleride wieder aufzuholen. Auf jeden. Seht ihr schon Rolleride? Wir sind gerade nochmal dran vorbeigefahren. Also, näher. Ich glaube, wir werden jetzt dahin geleitet. Ja. Oder auch noch nicht? Eigentlich ist das halt nichts. Alter. 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 Boah, das war doch mal richtig gut hier auf jeden Fall. Das war mal richtig gut. War nicht der. Ja. War nicht der Lack einfach. Oh, da geht's los. Oh, ich muss sagen. Oh. Oh. Was hustest du hier so rum, du? Dann hörst du. Boah, der ist auf jeden Fall... Das Geile ist das Standard, wir können uns einfach runterkriegen. Der ist für fortgeschritten. Ja, auf jeden Fall. Was, hast du geschafft? Nein, die Kippe da! War schneller. Boah, einer hat's geschafft. Das ist doch scheiße. Einer hat's geschafft. Das war zu weit runter. War hier erst kein Stück zu weit runter. Richtig kakao. Genau, 2? Nein. Hast du geschafft? Jo. Ja. Ja, cool. Ein bisschen zu hoch. Nein, Alter. Oh nein, ich fahre am Checkpoint vorbei. 2 vorbei. Das ist wohl nicht besser. Das ist wohl nicht besser. Das ist wohl nicht besser. Ich bin so generell. Aber endlich nicht. Alter, da kam einer durchgefloben, Mann. Ja, klar. Du kriegst das. Und erst einmal da durch. Für Glück. Boah, wie geil ist das denn? Da fährst du mal durch. What the fuck? Da ist der wieder. Da ist der Erste. Der fährt ihn direkt zum zweiten Mal. Beim zweiten Mal direkt zum Ersten durch. Guckt ihr den an? Ernsthaft? Nein, doch nicht. Digga? Nein. Oh, nein. Schade. Oh, das war vermutlich ganz schön knapp. Auf jeden Fall hat er voll Vorsprung. Oh, gut. Na, man. Irgendeiner hat uns gerade überrundet. Hm. Ich glaube, wir brauchen den letzten. Wir brauchen den Krotter. Wir brauchen den Krotter. Wir brauchen den Krotter. Mega Krotter. Mega Krotter, Leute. Und scheiß, dass einer ist, der so gut ist. Ich habe gedacht, ich habe mich eben gefragt, willst du Mittagstasche haben oder eine Dose? Ich habe gesagt, Dose. Wirst du doch mal eine Dose nehmen. Irgendwas explodiert hier. Ja. Ah, der Urwald ist ja schon mies, ja. Definitiv. Einer hat das Spiel verlassen. Denkt man, der als erstes durch ist? Also, ich bin noch drin. Hing am Ball, right, wieder. Ja, der erste ist durch. Dann wollen wir noch bis weiter. Ja. Wie ist nur der Letzter? Du hast keinen Angeschein, ne? Oh, oh. Digga. Alter. Ey, so knapp davor, Mann. Digga, das kann doch nicht sein. Doch, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Einen ersten Punkt gekriegt oder was? Ja. Jawohl, wenigstens einmal durch. Boah, das zweite Mal klappt nicht. Wir sind auf dem Weg, wir kriegen dich. Ja, keine Bahn, der Gifahrt. Bist du immer noch da oben? Ja, warum liegt der? Ich bin jetzt das zweite Mal am Ball, right. Ich bin gerade nicht vorbeigefangen. Aber noch tief unten, ja? Nein. So knapp. Warum bringt es dich denn um? Bin ich runtergefallen? Wir müssen dich einweisen, bist du Suizid gefährdet. Bisschen. Bisschen. Aber nur ein bisschen. Oben, maus oder vorne mit dem weißen Kippe in der Hand. Den Namen habe ich vom Spiel bekommen. Also, gar nichts für so ein Zufallsname. Was, dein Name ist ein Zufallsname? Ja. Ja. Okay. Von GTA bestimmt. Ja. Fand ich aber recht witzig. Und passend. Ja. Gibt es hier so passend, haha. Oh, Mann. Alter, jetzt hat's gecheckt, ne? Jetzt ist der Groschen gefaltet, ey. Das bitte auch. Boah, Digga, Alter, der hat dich doch gekriegt, Digga. Der zweite ist im Ziel, Leute. Äh, 20 Sekunden noch. Ich komm' die zweite Mal nicht rum hier. Ich hab dich wieder fallen sehen. Ich komm' die zweite nicht rum. Ich komm' die zweite rum. Alter. Was ne Scheiße. Jawoll, und in den Wallride rein. Zack und zack und... Und übergeflogen. Boah, ich hätte das bestimmt geschafft, Digga. Ja, bestimmt. Was ne Scheiße. Gut, Leute, heute gibt's nur zwei Rennen. Als zweites geschafft. Jawoll, Bonsov hat's als zweites geschafft. Wir haben gar nicht beendet. Du bist Zweiter? Hm. In der ersten Runde war ich Zweiter, ja. Du warst auch, glaub' ich, am Ende... Ach nee, am Ende hast's ja auch nicht ganz geschafft. Der Keks ist Zweiter geworden. Ich bin da nicht mehr rübergekommen, ne. Keks ist Zweiter geworden. Jut, Leute, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Bye, ciao.